So, okay? Hä? Wie waren wir nicht schonmal? Hä? Sag mal, wo sieht die jetzt hier gerade aus? Was machen die durchlaufen? Ah, hier auch noch nicht. Ah ja, ich verstehe. Oh, mal ein bisschen aufräumen hier. Das ist ja schlimm. Ja, hier ist ganz schön viel Betrieb. Oh, aber ein paar Spawn-Punkte weniger. 200 Zahl, immerhin. Ach, die blöden Hühner. Die dummen Hühner, ey. Ach, dann müssen sie auf jeden Fall wieder zurücklaufen. So, ich muss sie gucken. Einmal gerade durchlaufen, ne? Dann ist das dann da. Okay. So, und dann wird's zurück. Komm, wenn der noch verliere Weise hin? Ist das einen anderen Weg? Vermutlich, 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 ja. So. Na ja. Da haben wir auch erwischt. So. Ach, komm schon. Nein. Deswegen verrat mich hier. Mann. Mann. Mann, 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 Mann. So, jetzt sind sie wieder aufgegangen. Okay. Ah, jetzt hüpft er da oben drauf. Ein Hurra für den Wurmhelden. Jetzt bin ich frei und kann fliehen. Mach weiter so. Ich glaube, ich bleibe hier und häng rum wie ein Idiot. Äh. Was soll das heißt? Dass ich ein Idiot bin und hier auch hier rumhängen musst oder was? Was ja immer deine Fantasie anregt. Ich häng hier rum wie ein Idiot. Ja, hallo. Hat er also nur alle? Nicht so zu beleidigen. Zehn Momente brauchen wir noch. Wo sind die? Ja, keine Ahnung. Ach, zehn Momente wollen wir hier rum suchen. Irgendwo sind die auch wieder stecken. Nur in der Euter. So. Okay, ich lasse jetzt. Fünf von fünf. Aber zehn Momente fehlen noch. Zehn Momente, warte mal. Hier sind aber welche gewesen. Ah. Okay. Ach, er hat sich auch auf der, äh, versetzt hier. Ah, so. Okay. Ah. Ah, drei Mummeln für immer noch. Wo sind die? Ah. 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 Ja, wo sind jetzt die drei Mummeln? Sind die hier irgendwo? Ah. Nöööö. Hmm. Oder doch? Haa, haa. Gibt hier nur irgendwie was So, oben hier? Es ist wie dunkel hier. Ja. Hier vielleicht irgendwie was. Hä? Was ist denn? Was ist denn hier? Das ist ein Grafikfehler, aber ich lenke mal. Das ist kein Grafikfehler. Sollen wir uns ja einen Hinweis darstellen. Vermute ich mal. Mal gucken. Hier, ne? Das ist ganz leid. Das klingt ja komisch aus. Aber ich denke mal. Das ist auch noch mal eine Plattform. Oder so. Tatsächlich. Ah, Bücher egal. Ach, sind wir wieder diese Viecher? Ich hab immer alles erledigt. Was, du bist so schauf, wie hab ich ja nicht gelesen. Es tut mir leid. Ich bin jetzt so schlau, wie keine Ahnung. Ja. Äh. Ich bin jetzt so schlau. Ich bin jetzt so schlau. Bist du noch ein Leben? Ich bin jetzt noch ein Leben. Wie nett bräuch ich zwar nicht mehr, aber... Naja. Mitnehmen. Ach, mehr, he? Ich wollte jetzt nicht mehr, weil wir jetzt hier fertig sind. Alle Murmeln gefunden, wir sind jetzt so schlau wie... Kann ich euch doch mal kurz nachgucken, wie wir sauber sind. Ah... Du bist so schlau wie Scherz Schönheitschirurg. Ja, okay. Weil mich jetzt immer wissen wollte, wie ich schlau, Scherz Schönheitschirurg... Oh, ich kann sogar ausbrechen, Schönheitschirurg. Oh Gott, wer macht denn sowas? Schönheitsoperationen, aber es braucht... Ja, ich bin fertig. Okay, was mit dem zweiten Level hier? Vielleicht gibt's ja noch mehr, ich weiß ja nicht mal. Ach komm, ja, ich will raus hier. So, und jetzt? Da ist jetzt die... Ist das jetzt ein Ninsermaus? Wie kann ich die denn kriegen? Hm... Komm her, Ninsermaus, he? Komm her, Ninsermaus! Ah... Ich krieg sie nicht. So eine Bananenbombe wäre cool, ja? Könnte man doch mal dieses Loch da... Ah... Hallo? Wollen wir wieder hier hoch? Ach nee, das ist... Ja... Verreck ich hier sogar noch? Tja... Ich weiß nicht, hier so... Da oben waren wir ja schon... Da ist aber noch... Hat sich auch keine andere neue Tür geöffnet hier? Vermut ich mal, dass wir hier... Fertig sind. Aber... Ich bin nicht sicher. Wegen dieser Tür noch nicht hier. Aber was ist denn da hinter? So eine Mauer, aber... Die kann ja jederzeit... Kann ja durchgucken? Haaa... Ja... Ich denke mal, da ist nichts weiter, wenn da so ein Grafikenfehler ist, wo man durchgucken kann. Oder ist er beabsichtigt? Guck mal, kommt man da von einer Seite rein? Kommt man da von oben irgendwie rein? Hä? Mal gucken... Ich habe hier auch nichts gesehen hier, aber... War eigentlich ja hier drunter, aber... Keine Ahnung... Aber ich glaube... Ja... Ja... Ne... Sieht einfach so... Sieht man auch von hier, dass das... Dass man das... Ja... Nicht etwa unsauber gemacht hat... Hier... Kann man irgendwie durchgucken... Unten drunter... Ja... Was ist da? Aber das hat alles zu bedeuten für diese Tür hier? Wie kriege ich die jetzt auf? Hab meine Level... Hab alle... Hab alle Euter gefüllt... Da gibt es auch keine Voraussetzung, wie es aussieht... Die Tür ist zu! Komm her, du Ninja Maus! Hä? Komm her! Ja... Ich komme noch nicht rein... Ja... Ich kann mit der Ninja Maus nichts machen... Wenn es eine Ninja Maus gibt... Vielleicht muss ich hier irgendwie rauslocken... Da kann ich auch nicht geduckt schießen... Da ist auch nichts... WAH! Hey! Was war das denn? Guck mal... Rausgucken... Hey! Hat mich auch erschreckt jetzt kurz... Na ja, Ninja Maus... Hab die eben kurz gehabt... Aber ob die mir irgendwas bringen... Sagen... Sagen kann... Ah... Willkommen im Irrenhaus... Ursula und Jim... Hier findest du eine Auswahl an allen... Was? Achso... Hier findest du eine Auswahl an grässlicher Lebensform... Sch... Was ist scharf? Ja, irgendwie ist das total... Achso... Hier findest du eine Auswahl an grässlicher Lebensform... Scharf auf deine Vernichtung... Okay... Aber egal... Es ist dein Kopf... Danke für die nette Begrüßung... Aber jetzt... Heißt es... Showtime... Für den Affenmann und seine Schurken... Dieses Irrenhaus gehört mir... Hier... Überhaupt kein Text... Jetzt habe ich auch die Maus... Mit dem Kühlschrank erschlagen lassen... Kann nicht... Mehr... Sprechen... Gerät... Zerstören... Stachel... Ah... Gerät zerstören... Stachel... Muss ich hier noch was machen? Aber wie? Gerät zerstören... Stachel... Hä? Muss ich hier noch was machen? Aber wie? Hä? Gerät zerstören... Stachel... Welches Gerät? Welche Stachel? Also... Ich denke mal, dass diese Stacheln gemeint sind... Aber... Kann ich die nicht zerstören? Welches Gerät? Was will der hier? Gibt hier noch was zu tun? Ich habe keine Ahnung... Hier haben wir jetzt die Maus... Äh... Erwischt... Muss ich jetzt auch noch mal rausgucken... Ha? Hallo? Hallo? Gibt man zu Hause? Gerät zerstören... Stachel... Welches Gerät? Hier haben wir jetzt hier irgendwas ausgelöst... Aber... Nicht das was ich gehofft hatte... Ich dachte irgendwie diese Tür geht auf... Aber... Offenbar nicht... Gerät zerstören... Stachel... Aber... Irgendwann habe ich das Gefühl, dass das wirklich eine massive Wand ist... Aber... Ihr könnt ja einfach das auch zur Seite fahren, ne? Weil... Ist das irgendwo auf dem Boden? Wir hatten einen Boden... Aber... Irgendwie... Nicht ganz geheuer... Aber... Kann man auch nichts anderes machen... Hier gibt es ein paar Bananoren... Ein paar... Ein paar Bananen... Aber auch keine... Geheimen... Äh... Zugänge... Irgendwie... Aber... Irgendwie kann ich damit gar nichts anfangen... Also... Hm... Tja... Keine Ahnung... Was ist das denn? Das ist doch hier... Was ist das denn? Was ist das Fenster? Na draußen? Ja... Man sieht nur draußen nix... Das sieht aus wie eine Fensterbank oder irgendwie sowas... Tja... Was ich damit machen soll... Weiß ich irgendwie ehrlich gesagt auch nicht... Kann nicht mehr sprechen... Gerät zerstören... Stacheln... Irgendwann mit Stacheln... Und was zerstören... Und was? Ist doch gar nix mehr... Viel kann ich auch nicht drauf... Können wir mal probieren... Aber... Das bringt nichts... Ja... Also ehrlich gesagt... Das sieht sich hier grad etwas vorm Wald... Ich denk mal... Ich denk mal... Das wäre hier fett... Jetzt geht die Tür zu... Was soll das denn? Was soll das denn? Ja... Ich hab eigentlich keine Ahnung... Was wir hier noch tun sollen... Es gibt keinen anderen Zugang... Diese Tür geht nie auf... Ich finde auch hier kein Schalter... Oder irgendwie sowas... Was ich auslösen könnte... Aber ich muss noch mal nach oben gehen... Von Fett von... Gibt es da oben irgendwie eine Möglichkeit... Da irgendwie... Äh... Dranzugehen... Jetzt nicht mal wissen... Weil irgendwas sieht doch hier nicht... Kamera... Geh noch mal zur Rückkehr... Mal gucken... Boah... Ein Gerät zerstören... Welches Gerät? Ist doch nicht die Uhr? So ist die... Das kennen wir auch schon... Hab ich drauf geschossen... Das hat irgendwas gebracht... Nö... Hm... Ich sag' eigentlich... Ich bin auf jeden Fall... Da kommen wir auf Fracht aktuell... Ein bisschen... Aaaaah... Du katt... Ich führ mich ja... Ich bin ja hier durch... Ja... Ja... Lach ruhig du Affenmann... Ja... Ich hatte auf die Uhr geschossen... Hat auch nicht... Hat auch nicht... Hat auch nichts gebracht... Und... Muss ich da... Muss ich hier auf die... Ja... Ich dachte ich könnte auch drauf schießen... Aber auch im Kühlschrank... Wozu... 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 Jetzt... Erledigt... Wozu... Zu... Was... Was... Was bringt das... Ich hab' keine Ahnung... Was hier noch zu tun ist... Ich sitz hier... Hab' keine Ahnung... Hab' keine Ahnung... Ich glaub' ich geh' auch hier raus... Oh... Wie gesagt... Ich bin sofort tot... Falk gestürzt... Ja... Geh' ich einfach raus jetzt hier... Egal... So... Ich denk' mal... Hier machen wir auch Schluss... Das nächste Mal... Weiß ich's nicht... Falls... Falls mir irgendwann noch einfällt... Wo wir hingehen können... Wenn wir eine Aufnahme haben... Wenn ich irgendwas sehe... Geh' nochmal zurück... Ansonsten... Geht's beim nächsten Mal... Dort weiter... Dort... Und ja... Daher... Wir bedanken euch für's... Zusehen... Und... Bis zum nächsten Mal...